Sie hören den Artikel Shakuza aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 13. März 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Shakuza, geboren 22. Februar 1981 in Linz, bürgerlich, Peter Pangerl, ist ein österreichischer Musiker. Biografie Shakuza ist gelernter Koch und gründete nach seiner Ausbildung gemeinsam mit DJ Stickle und MCJ die Formation Verbale Systematik, welche sich 2002 in Biedelfield umtaufte. Wenig später verließ Jay die Formation. Das Produzentenduo ist seit 2005 für einen Großteil der Produktionen aus dem Hause erst guter Junge verantwortlich, auf denen Shakuza auch mit Features vertreten ist. Er sieht sich selbst jedoch eher als Rapper statt als Produzent. 2005 erhielt der Rapper Bushido bei einem Konzert in Österreich eine Demo-CD des Produzententeams. Diese konnte überzeugen und sowohl Shakuza als auch DJ Stickle wurden daraufhin beim Label R.S. guter Junge unter Vertrag genommen. Shakuza und DJ Stickle sind bereits auf den Alben Staatsfeind Nummer 1 und dem R.S. guter Junge Sampler Volume 1 Nemesis von Bushido zu finden. Im April 2006 wurde bei R.S. guter Junge Shakuzas und Stickles Album Suchen und Zerstören mit Features von Bushido, Babassat, Debo und Bahar veröffentlicht. Außerdem nahm er zusammen mit Echo Fresh und Bushido den Song Vendetta auf. Anfang Oktober 2006 folgte zusammen mit Busy Montana das Kollabo-Album Blackout. Es stieg auf Platz 69 der Media Control Album Shards ein. Anfang Oktober 2006 folgte zusammen mit Busy Montana das Kollabo-Album Blackout. Es stieg auf Platz 69 der Media Control Album Shards ein. Am 2. März 2007 erschien sein erstes Solo-Album City Cobra, welches auf Platz 10 der deutschen Album Shards einstieg. Zuvor wurde die Single Eure Kinder, auf der auch Bushido zu hören ist, am 23. Februar veröffentlicht. Am 7. März 2007 war Shakuza mit Bushido zu Gast bei TRL. Im August 2007 wurde Shakuza für die MTV Music Awards in der Kategorie New Sounds of Europe nominiert. Im Rahmen der Music Week, welche eine Woche vor der Verleihung der Awards stattgefunden hat, ist Shakuza beim Urban Sounds Abend im Münchner Kesselhaus am 29. Oktober neben KIZ und Sammy Deluxe aufgetreten. Er war der Ersatz für die Rapper B-Typed und Sido, die als Headliner auftreten sollten, aber jedoch absagen mussten. Am 16. Mai 2008 erschien Shakuza's zweites Solo-Album Unter der Sonne. Bereits am 24. April 2008 wurde das Video zur gleichnamigen Single-Auskopplung veröffentlicht, die ebenfalls am 16. Mai 2008 erschien. Am 16. April 2010 wurde Shakuza's drittes Solo-Album Monster in mir über Ers guter Junge veröffentlicht. Kurz zuvor erschien die digitale Single-Auskopplung Monster, auf welcher der jamaikanische Reggae-Sänger Conscience vertreten ist. Im November des Jahres verließ Shakuza Ers guter Junge. Er begründete den Weggang damit, dass er fortan selbstständiger agieren möchte. Zwischen 2006 und 2010 lebte Shakuza in Berlin. Danach zog er zurück in seine Heimatstadt Linz. Am 3. Dezember 2010 erschien das Mixtape Suchen und Zerstören 2, auf dem Gastbeiträge von Timmy Tiger, Vega, Busy Montana, Mark Sloan, Jack Unterweger, Debo, David Asphalt und Nice enthalten sind. Das Mixtape konnte bereits 10.000 Mal verkauft werden. Am 21. März 2011 veröffentlichte Shakuza das Lied Sala M2 als Spendensong für die kurz zuvor geschehene Tsunami-Katastrophe in Japan. Am 7. Juli 2011 erschien die EP Lost Tapes als kostenloser Download. Im November 2012 gab Shakuza bekannt, dass er nun bei 4Music unter Vertrag steht. Am 8. März 2013 veröffentlichte Shakuza Magnolia. Das 4. Soloalbum unterscheidet sich stilistisch und musikalisch deutlich von den vorangegangenen Veröffentlichungen, was auch in verschiedenen Rezensionen hervorgehoben wurde. 2006 Blackout Street Album mit Busy Montana 2007 City Cobra 2008 Unter der Sonne 2010 Monster in mir 2013 Magnolia Mixtapes 2006 Suchen und Zerstören 2010 Suchen und Zerstören 2 EPs 2003 Verbales Fadenkreuz von Verbale Systematik Q-EP 2011 Lost Tapes Online-EP Singles 2006 Vendetta mit Echo Fresh und Bushido 2007 Eure Kinder mit Bushido 2007 Sollten alle untergehen 2007 Alles Gute kommt von unten mit Bushido und K-1 2008 Unter der Sonne Featuring Bushido 2008 Für das Volk Tarek Featuring Shakuza 2011 Salem 2 Juice Exclusives 2006 Kein Ausweg Featuring Bushido und Busy Montana Juice Exclusive Auf der Juice CD Nummer 63 2008 Alarmsignal Juice Exclusive Auf Juice CD Nummer 86 2009 Ghetto Boys Featuring Mac Typer Juice Exclusive Auf Juice CD Nummer 95 2010 BF Anthem Juice Exclusive Auf Juice CD Nummer 106 Free Tracks 2005 Shakuza 2005 Hand im Feuer 2005 Sieh mich an 2007 Was wollt ihr 2008 Behind Blue Eyes Featuring Busy Montana 2008 Paparazzi Featuring Rav Camora 2008 Battlefield All Stars Part 2 Part 2 Featuring Debo Rav Camora Pirelli Busy Montana und Sonic Boom 2009 Ready or Not Featuring Sprachtod 2009 Bitte guck nicht BF All Stars 2.5 Featuring Debo und Rav Camora 2009 Falling Down 2009 Jungle Drum Mix 2009 Schmutzig und Roh Featuring David Asphalt 2010 Icarus Featuring David Asphalt 2010 Das Allerletzte Mal Featuring Rav Camora 2010 Wir gehen die Wände hoch Featuring Sonic Boom 2010 HipHop.de Exclusive Featuring David Asphalt 2010 Eines Tages 2010 Die Nach der Tour Depression Featuring David Asphalt 2010 Halt die Fresse 2013 Hurrican Produziert Steady Die Abschnitte Web Links und Einzelnachweise sind in dieser gesprochenen Version nicht vorhanden Sie hörten den Artikel Shakuza gesprochen am 13. März 2013 von André Kropp mit dem Benutzernamen Nexery Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash shakuza Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte Der Artikel steht unter der cc by sa 3.0 unported sowie der GNU Lizenz für freie Dokumentation Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden Die Lizenzbestimmungen Untertitelung des ZDF, 2020